Erste Aufnahmen gedrückt eben Ja Gut Ja Ich hab's halt die ganze Zeit davor gesagt Und danach selbst vergessen Lad's hoch auf deinem YouTube-Kanal Wenn, dann mach ich die Aufnahmen so, dass du immer vorher irgendwie sagst Drück Aufnahme Immer drück Aufnahme Das ist so ein zusammenschneidender, wo du immer sagst, drück Aufnahme Hä, wenn du Aufnahme drückst, ist dann nicht nur das Gameplay dabei? In die letzten 4 Minuten, auch die Audios dabei Der Gameplay? Ja Ach so Dann lad's nicht hoch Weil jetzt lade ich's auf jeden Fall hoch Mit dem Clip jetzt Ne Wohl ich könnte, aber ne Der Clip, den du jetzt aufnimmst, der wird das Intro und dann die ganze Zeit drück Aufnahme Stimmt, war eigentlich voll geil, man Das ist jetzt doch so der Plan damit in den Clip rein, Beste Drück Aufnahme gleich Ist auch direkt in der Wandhalle Da komm ich nicht an die Wand, oder? Oh mein Gott Oh jetzt hab's Quinten doppelt Jonas, du musst bei Play of the Game eine Aufnahme drücken Alter, der hat einen Ratenkill mit seiner Ult, guck mal Ja, wow Ich hab die Anlage fertig Ha ha Ja! Ja, Alter! Guck dir das an, das ist so komisch! Tick auf Aufnahme! Ich hab' ge-failed, du hattest? Boah! I got you! My Sidesmaid! Nein! Scheiße, einfach rum! Dein Sidesmaid! Ich hab' ge-failed, du hattest? Moment! Boah! Alter! Wow! Du wüsst ja gar'n'n Muskie, Ernest! Alter, ich will das Scrap! Oh man! Was denn? Du bist nach oben geflogen! Was? Bei mir nicht? Drück mal Aufnahme! Dankeschön, Maurice! Oh man, wieso hab' ich den Genji nicht drin? Ich bin ausgelöst! Ich kämp' grad mit dem geboosteten Genji hinten! Ich gewinne! Ich hab' gewonnen! Aha! Oh, Play of the Game! Ja! Das Reihe rechts und ich hab' dann vorhin ge-killed mal! Nice! Fuß! Du! Alter, die Waffe so geil! Die Waaa... Die Wa-aaa... Mäh! Du Stamm-Typ ist bei mir rumge- somehow bei der Taunt-Melle! Was?! Ja! So wie ein Tier vorgeschlagen! Bei mir hat der Taunt abgebrochen, dann bin ich ge-jumpt! Ja, aber du hast bei mir noch ne Animation ge- Hahahaha Muss ich jetzt Aufnahme drücken? Ja Scheiße Okay Das ist gut, Alter Das ist perfekt, man Drei Das ist snowing auf Mount Puji, Alter Oh mein Gott, Alter, das war unangenehm Braucht ne Pocket Mercy Entschuldigung, bin gerade Meine Flicks sind nicht da! Wow Wow Keiner hat ihm Schaden gemacht Alter, ich heil euch nicht wegen der scheiß Barrier Willst du mich verarschen? Wegen... Orisha? Wegen der Harambe Barrier, nee War das so präzise? Die war so präzise, ja Ich glaub deswegen hab ich euch eben nicht gehalten, der Ult Der Maximal Triggered, ey Was ist das für ein Game gerade? Saukunde Sau merkwürdig das Game, gell? Die sind alle so shredded und machen irgendwie gar nichts Ey, ich krieg den, ich krieg den Oh mein Gott Soll ich es aufnehmen oder was? Ja bitte